Ich habe Dennis eingeladen, er hat angefangen zu schreiben, sorry, Festplatte voll. Was für Festplatte voll? Das ist eine 50 MB. Junge, sag dem, da sollte ich es kommen. Nicht Igno. Junge, jetzt hat er mir ein Bild geschickt, dass seine Local Disk voll ist. Junge, er hat einfach den Balken voll gemalt blau. Und die freien Speicherplätze sind einfach durchgestrichen von 465 GB. Ich bin nur da und möchte sagen, ich habe da echt keinen Bock drauf. Ich habe da auch keinen Bock drauf, darum geht es nicht. Ich kann nicht da so spielen, sondern es ist los jetzt. Spielt irgendwie drei Bilder ein Wort oder so. Bilder ein Wort. Du, jetzt ran hier eine Runde. Dennis, die Einladung ist raus. Naja. Oh, Alter. Junge, der hat schon keinen Bock da drauf und der hat das um nie gespielt, der danach wird uns hassen. Dennis, bist du jetzt fertig mit Lahn? Ja, bin ich. Oh, nein. Ey, ich bin so überglücklich, ne? Wer bin ich denn? Ah, mh, wer ist mein Charakter? Ich bin der Geschäftsmann. Scheiße. Oh, kleinste, kleinste Hitbox. Jetzt kommen die Beins, Alter. Oh, die Mucke ist echt einschränkt. Wir haben Anfang der Fack gewonnen. Ja, toll. Geil. GZ an Alex. Äh, das war wohl ein übelster Beschluss. Wie verzögert das einfach ist. Junge, hier wird's teuer, Jungs. Junge, weiss. What? ADF, Alter. Das Spiel ist jetzt schon wieder gerinkt. Nach Meppen. Ey, maaan. Auf Hamburg. No way. Ey, das ist so ein... Jawohl, Las Vegas. Das Spiel hat schon wieder... Junge, wie kann man so viel Pech haben? Ich sag doch, Alex gewinnt einfach, weil er anstrebt. Jetzt mal ganz ehrlich, das macht euch gerade Spaß. Nein, Mann. Nein. Ja, übelgeil. Nein, ich hasse dieses Spiel. Junge, gib mir doch keine Kohle, Mann. Machen wir nicht. Junge, ich hab keinen Bock. Verlierst du aber sonst. Ja, das ist der Plan. Das ist ein schlechter Plan. Ich wusste es. Ei. Einfach abfuck dieses Spiel. Einfach nur Abfall. Ja, aber wie unlock ich meine FPS 60 Frames, das geht nicht fit. Das Spiel kann ich aber nicht mehr. Oh, nice. Aber es ist teuer. Oh, shit. 2,2 Millionen, ey. Äh. Äh. Ich hab so Business Tour vorgeschlagen. Und Arne so, ja, lass mal Business Tour. Voll die Scheiße. Ich hab keinen Bock mehr. Ich bin raus. Hat er denn drei? Ich bin weg. Hä? Hallo, ey. Das ist natürlich auch bitter. Digga, wie viel Pech. Anna, du hast gar kein Grundstück mehr. Ach, echt? Danke. Ey, Mann, was ist das für eine Scheiße hier? Ey, das ist ja so ein Betrug, was hier gerade passiert. Hab ich schon gewonnen? Junge, gib mir. Ich hab keinen Bock. Du gewinnst die Hüls. Ich will aber nicht gewinnen. Dennis, du musst würfeln. Ey, Mann. Ich genieße gerade meinen Schnitzel mit Pommes. Boah, was? Ey, das muss jetzt überhaupt nicht sein. Ey, für wie lange? Drei Runden. Drei Runden. Perfekt. Ja, danke. Tolle Karte, Alter. Fick dieses Spiel. Ey, komm, du bist schneller wieder bei dir los. Was sagst du jetzt? Jetzt mal wer gewinnt. Bitte beendet mein Leiden. Ich hab ja gar kein Geld mehr. Ey, muss ich gleich wieder verkaufen, ey. Ey, oh, 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 oh. Lass Vegas oder was? Ich muss zugeben, ich hab gerade echt so gar keinen Spaß. Das macht doch keinen Spaß. Dafür spielt man das nicht. Ey, Alter. Kickflip hat kein Gebäude. Ich leid's richtig rein. Ich bin jetzt auf Chance gekommen. Was, jetzt gehe drei Felder zurück oder so? Loll. Ey, das ist doch... Achso, du hast kein Ding in. Sauber, ne? Das ist ja überhaupt noch ein Leben. Ey, Junge. Das kann ich auch nicht sein. Was? Das ist jetzt... Der ist jetzt in drei Runden. Der ist jetzt in zwei... Ey, ich hab verloren. Der ist jetzt in zwei Runden dreimal auf World Championship gekommen. Ey, wo hast du das? Ja, ich hab verloren. Der gute Kickflip ist raus, ey. Achso, ich bin mit der Fresse. Bankrott. Irgendwer ärgert sich richtig. Nein. Alter, Alter. Ich bin back in game. Oh, ah. RIP. Ich bin back in game. Ne, bankrott. Haut rein. Bankrott. Junge. Hätte ich auch gemacht. Safe. Junge, ich würfel die ganze Zeit so viele Pasch... Oh, nice. Ja, alles auf Las Vegas. 5,9. Bitte lass mich jetzt einfach drauf. 5,9. Ey, Mann. 5,9 ist aber heftig. Ey, Junge, das ist ein Witz, dass du mir das die ganze Zeit glaubst. Ey, das wird ja auch immer höher, wie öfter man das auf einen draufmacht, ne? Oh, leid. So, 3500, jetzt kann ich ja wohl noch verlieren, bitte. Boah, jetzt schön nochmal Las Vegas mitnehmen. Guck dir auf Sydney, Alter. Bye. Da bin ich wohl bankrott. Oh, Alex hat angefangen, er hat gewonnen. Direkt wieder den zu lernen. Let's go. ARD Text im Auftrag von Funk